Ich hoffe, er hat ein wenig Hunger. Marco Odermatt, willkommen bei uns in der Raclette-Stube. Hallo. Wir hatten einfach ein schlechtes Gewissen, weil die Athleten haben immer so ein Scheiben-Zeug. Kommt sie ein, dann haben wir gedacht, wir müssen wenigstens für Speise und Trank sorgen. Ist das okay, ein bisschen Raclette und weiss? Wie geht das heute? Das ist perfekt. Marc Berthe will sich dann anbieten, das Raclette abzustreichen. Ich glaube, es ist schon so weit. Ja, dann nehmen wir das gerade. So, Sie sind hier mit dieser Weltmeisterschaftsmedalle und Sie lassen sich nicht lumpen. Aber Herr, es sollte gerade die Goldung sein. Ja, ich weiss nicht, was ich heute noch erzählen sollte. Ich glaube, die Emotionen, die ich heute hatte, das habe ich noch nie erlebt. Das würde ich vielleicht auch nie mehr erleben. Es war auch jetzt noch einmal richtig emotional hier auf der Bühne. Trainer waren in der vordersten Reihe. Mit denen das erleben und feiern können, die so einen grossen Anteil an dieser Medaille haben. Das ist unglaublich. Ja, man sieht es. Es geht ihnen nach. Es ist ja auch schön. Darf man auch die Emotionen zulassen? Hat man sich hart erarbeitet? Passt aber nicht so ganz zu den Aussagen der letzten Tage, wo sie sagten, für mich ist die Medaille nicht so wichtig. Es ist fast wichtiger für die Fans und Journalisten. Aber offensichtlich hat die Aussage nicht so ganz gestimmt. Aber das, was heute passiert ist, kann ich wirklich noch nicht zuordnen. Das ist etwas, das ich noch nie erlebt habe. Klar, der vierte Platz hat etwas genackt, aber es hat mich wirklich nicht so fest belastet, wie vielleicht viele gemeint haben. Aber jetzt hier darfst du mit dieser Goldmedaille und irgendwie diese Karriere komplett haben. Das ist ja unglaublich. Die Karriere komplett? Das klingt ja verrückt. als jemand, der Jahrgang 97 hat. Das ist ja crazy. Du kannst gar nicht mehr sprechen, aber du hättest schon Sackleparakt. Wollen wir das mal schöpfen? Ja, und ich glaube, diese Flasche müssen wir gleich mal öffnen, damit ich da sprechen kann. Wieso haben Sie ein trockenes Maul? Oder schon ein bisschen unterzuckert? Ja, oder überalkoholisiert. Wer weiss. Wirklich? Ist das nicht das erste Glas Wein, das Sie jetzt hier bekommen? Das ist nicht das erste, nein. Aber geht noch eins? Fahren müssen Sie ja nicht mehr, oder? Ich muss nicht mehr fahren. Nein, das ist organisiert. Das müssen wir natürlich ein bisschen einschenken. Danke. Wir haben noch ein paar schöne Bilder rausgesucht von diesem Abfahrtsrennen. Aber nichts, was mit Skifahren zu tun hat, sondern nur mit Gesichtern von innen. Super. Schauen wir mal rein. Totale Fokus am Start. Nachher der Urschrei im Ziel. Und dann... Ja, dort hat es eigentlich angefangen, oder? Das... Bin ich wirklich im richtigen Film? Sie haben vorhin schon angestossen mit Marc Père, der hat noch gar nichts zu trinken. Ja. Ja. Das muss ein bisschen besser organisiert sein. Ja, ja. Irgendwie auch nur zwei Hände. Nein, äh... Ja, das... Die Emotionen dort im Zielbereich, das waren wirklich einmalig. Ich glaube, ich... Schon nach der Ziellinie... Das, was ich spürte, das ist eine gute Fahrt. Nachher der Sekundenvorsprung, nachher der... der Schrei. Da ist irgendwie... schon viel zusammengekommen in den letzten paar Tagen. Und... Und... Ja, nachher... Bei dieser Fahrt von Alex, äh... Amot Kildemei, der größte Konkurrent in dieser Saison... Das habe ich noch gar nicht erlebt. Ich habe wirklich... Ich habe das, glaube ich, bestätigt, auch im ganzen Körper gezittert. Das habe ich so noch nicht annähernd erlebt. Und, äh... Als ich diese Fahrt überstanden habe, habe ich gewusst, ja, das ist... Ja... Das ist jetzt ein wichtiger Schritt. So ist es hier, wenn wir vielleicht ein bisschen einordnen für die Leute, die zuhören. Das ist die Medienbetreuerin, die da hinten auch irgendwo dich gedrängst. Oder ich sehe sie gar nicht, aber sie ist sicher da. Äh... Stoss mal schnell... Du hast noch eine Frage, ich sehe es dir auch, gell? In der Gelegenheit auf sie, Marco Odermatt, und einen schönen Dank an das Haus aufs Switzerland, wo uns das ganze Equipment zur Verfügung gestellt hat. Also auf den Marco Odermatt. Du darfst einen Schluck nehmen. Ja. Du willst jetzt eine Frage stellen, gell? Mhm. Achso. Du hast noch... Als du auf dem Stuhl gesessen bist und nach Kilde gefahren hast, hast du gedacht, er kann dich noch holen? Ja, äh... Ich glaube, bei Kilde ist es... Das ist einfach so ein Athlet, der nie weiss, was kommt. Und... Er ist, ich glaube, das kann man so sagen, momentan der beste Abfahrer auf dieser Welt. Und... Er hat, glaube ich, so viele schon mal überrascht. Und bei ihm weiss ich einfach nie... Nach einer perfekten Fahrt ist er dazu fähig, nur mal eine Schippe drauf zu legen. Und darum... Ja, ist das die ultimative Prüfung gewesen, nachdem er eh unten war. Aber geht denn deine Fahrt noch schneller? Für mich nicht. Ich glaube, eh... Für mich immer. Aus meiner Sicht, oder mit meinem Können, mit meinem Material, ist das die... die perfekte Fahrt gewesen. Ich glaube, das kann man... nicht so sagen. Aber eh... Wer weiss, vielleicht hat er am Norden nicht nur die Hauptsekundenfahrt, sondern ein 7-8-Zentel, dann gewinnt er. Darum eh... Das weiss ich nicht, aber für mich ist die perfekte Fahrt gewesen. Ich stelle die nächste Frage bewusst ein bisschen langsamer und länger. Dann können Sie vielleicht tatsächlich auch ein bisschen von den wunderbar zubereiteten Racken nehmen. Sie haben das Material auch erwähnt, nicht nur jetzt, sondern auch unmittelbar nach dem Rennen. Wir haben vorher schon diskutiert. Der Ski, der muss repariert werden in der Heimat, wie wichtig ist für Sie das... Wie soll ich das sagen? Der Wohlfühlfaktor zu wissen, ich habe meinen Ski, den, den ich will und den funktioniert. So lala... Wichtig. Ehrlich gesagt, ich bin da einer, der nicht einmal genau weiss, was am Start wirklich unter Männern Füssen ist. Ernst? Ja, wirklich. Aber wieso denn der riesen Aufwand, dass genau der wieder hierher kommt und repariert? Das wurde vom Team Stöckli gemacht. Ich kann nicht einmal genau sagen, ob ich oder Alexi mit dem Ski gefahren ist. Aber ich glaube, das zeigt einfach die Zusammenarbeit im Stöckli-Team, ob das bei mir oder beim Alexi ist. Wir sind so ein enges, super funktionierendes Team. Und ja, wir haben, glaube ich, anhand dieser Geschichte definitiv Neid umgeriert zu lassen, um diese Goldmedaille zu gewinnen. Am Schluss muss man eh einfach sagen, weil Gold hat alles richtig gemacht am Ende des Tages. Und ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich vor dem Rennen mit Marc Berto diskutiert über Chancenmöglichkeiten und ich habe gesagt, ich traue Marc Godemar viel zu, aber heute glaube ich irgendwie nicht an ihn. Und ich möchte auch erklären, warum. In den Trainings haben sie immer gesagt, ja, es ist dunkel, es schlägt und ich muss so viel auf mein linke Bein stehen. Also das darf man schon nicht vergleichen mit Cortina zum Beispiel. Ist das alles geblufft gewesen oder haben sie heute irgendwie nochmal einen Extragang zu mir schon extra Gang gefunden? Nein, ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe nicht hundertprozentig an diese Goldmedaille geliebt. Es ist eben, die letzten Tage waren nicht so einfach. Man hat gemerkt, ja, die Piste gerade jede schwierige Kurve ist auf dem Linksfuss, wo man ein kleines kleines bisschen lädiert ist. Es ist dunkel, es ist schwierig, es ist ruhig. Und die Trainings, ja, gewisse, es waren so schnell in diesem Training, da habe ich wirklich, ja, das hat wieder geholfen. Ich wusste, ich muss irgendetwas speziell gut machen. Ich kann nicht einfach runterfahren, dann reicht es nicht. Und das hat irgendwie die Ausgangslage vielleicht wieder einfacher gemacht, weil ich gewusst habe, ich muss eh all-in gehen. Das ist nicht gelungen. Ja, ich weiss, du hättest gerade nur eine Frage, ich hätte auch noch ganz viel, aber ich gehöre auch ständig, er muss weiter, er muss weiter, er muss weiter. Ein Biss, ist es gut gewesen? Zufrieden mit dem? Ja, super. Ja, man kann mitnehmen, ja, es ist ein Take-away quasi. Das Glase Ei, oder? Ich weiss nicht, ob es bei Österreich etwas zu essen gibt. Dann nehme ich gescheiter etwas mit. Nehmen Sie es mit, Sie haben es verdient. Danke für den Besuch. Danke für alles. Einfach ruhig mitnehmen.